Ich hatte bis jetzt gefühlte 39 Geburtstagspartys im November. Die erste offiziell war am 9. November und die war eine Sensation. Ich meine, oder wie Lucy war das bitte? Wie die Britta loht. Wir haben es voll kochenlos, wir haben gefeiert, wir haben getanzt, wir haben gefeiert, wir haben getanzt. Und ein bisschen ist so ein Geburtstagspartys wie eine Hochzeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Braut bin, dann... Ich habe mit Olle irgendwie gekriegt und mich kann richtig. Und dann habe ich mir gedacht, ah, Charlie, ich bin zwei, ich glaube, okay. Und ich habe echt irgendwie nichts mitgekriegt. Also ich meine, am nächsten Tag muss ich dann auf der Zeitung erfahren, dass die Polizei da war. Und die Bursche war uns wohl geeinigt, der hätte mich kommen dürfen. Aber ist er nicht und er war definitiv nicht eingeladen. Das ist wahrscheinlich die schwächste Überleitung. Ist sie elegant? Und die trinken auf Schluck Russ. Also der war nicht eingeladen. Das ist doch der Titel. Das ist ein Sons.